Das ist hier der Grand Beach in Manitoba. Ja, wie man sieht, wir haben nicht das beste Wetter erwischt, um hier zu sein, geschweige schwimmen zu gehen, aber so sieht es aus. Wetterrecher D.S. Christian Ss 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 gehen wir heute jet ski fahren so einer ist schon das wasser sieht schön sauber aus ja 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 kann ne ne Die Spannsee, die was Frammer. Hallo! 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 Hier sind die Bräder gezwungen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. I'm probably going to arrive before 2 o'clock in the morning. Sieht man mich? Ich weiß gar nicht, ob man mich sieht. Ne, mich sieht man glaube ich nicht. Also wir sind nach fast 1400 km und ungefähr 12 Stunden Fahrt sind wir schon. So in Calgary angekommen fast. Das dauert noch ein bisschen. Und ja. Das sind 14 Stunden Fahrt, mein Freund. Okay, okay. 14 Stunden Fahrt, ich korrigiere. 14 Stunden Fahrt. Calgary ist bald da. Naja, dieses 2 mal haben wir angehört. Weil es so lange ist.